Heimat ist eine ganz tolle Sache. Heimat ist Zusammenhalt. So ein warmes Gefühl. Wir leben hier, wir arbeiten hier, wir treiben hier Sport. Wir wünschen uns, dass es uns allen hier gut geht. Auch den Menschen, die hier Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen betreiben. Lasst uns mehr Geld in der Heimat ausgeben. Und so die kleinen Geschäfte von nebenan unterstützen. Damit es sie auch in Zukunft noch gibt. Holt euch jetzt die Simply Low Cap kostenlos. Und sammelt Punkte in Bad Gannersheim und den Dörfern drumherum. Kursstadt, Domstadt, Heimatstadt. Lasst uns mehr Geld hier in der Heimat.